Es ist soweit mit Fortnite-Zeit, seid doch dabei und bring den Halt, ohne Bord allein, bei dir daheim, hör auf zu weinen und schau jetzt rein, wie Dani tanzt, wo du mich schreit, wo's kam, er weint, wir holen den Feind, ist gut gemeint, auch ernst gemeint. Scheiß drauf. Was geht, Leute, willkommen zu einer neuen Runde Fortnite mit Dani von den ja Bros und Was geht, ey. Ja, heute direkt mal den Action holen. Ah ja, direkt. Wie sieht die überhaupt aus? Hä, ist All Might zurückgekehrt? Ja, der redet die ganze Zeit, ja, All Might ist da, guck bei Karte. Ja, Mann, ey. Oha, das wusste ich nicht mal. Leute, tut mir leid, ich spiel nicht mit Headset, ich spiel nur mal mit Kopfhörern, wenn man nicht immer so komisch rüberkommt, dann tut's mir auf jeden Fall leid. Mein Headset ist Demolation. Hauptsache, man kann nicht hören. Ich glaub, das nehmen die Zuschauer nicht übel. Was ist denn bei uns überhaupt geht, dann frag ich mich mal. Oha, was geht da, Plan? Oha, oha, ja, töt mal Jungs. Ist bei dir jemand? Der übertreibt. Ah, da war der Mate, kann's halt. Da rechts, beim Haus. Hält's wohl gern. Habt ihr irgendwas springen gesehen? Obwohl, diese eklige, schwere Schott gerade liegen da, Alter. Hä, ist denn Dinger gekommen? Neue Realitätserweiterung. Oh? Ja, Mann. Keine Ahnung, ich hab grad irgendwas mit, nach jedem Eliminierung, irgendwas mit Kondition, keine Ahnung, irgendwie sowas. Oh, okay. Cool. Ich kämpfe gegen Bord, oder was? Gegen Bord. Ich kämpfe gegen Bord. Ich kämpfe gegen Bord. Der schießt gegen jemanden, oder? Ja, der ist im Haus. Der schießt auf jemanden, ey. Guck, da ist noch einer. Da, ich hab den gesehen. Ah, ja, ich sehe den. Ah, das ist der Bord. Das ist kein Geräusch gewesen. Okay, Theo, vorbei. Was geht, Bord? Wir haben kurz Bord, bisschen geholfen, war ich, Eng. Ey, willst du die haben, ey? Ich spiel lieber Kraul Pump. Was denn? Lieder, schwere. Ne, Mann, ich weiß, die ist nicht gut. Ich spiel lieber Kraul Donnerschrottflinte, Alter. Ich hab Donnerschrottflinte in blau. Dann nimm du einfach die blaue, ich nimm die lila an den Dinger. Ja, okay. Schwere. Das nenne ich einen geilen Tausch. Warte, die verkauft doch auch irgendwas. Boah, goldene Rotpunkt verkauft die. Der versteckt sich da unten. Was glaubst du, wer du seien? Vorbei. Ah, hier, rechts. Ja, mies kassiert, der Typ. Wo ist der hin? Der ist versteckt, da hinten. Da. Auf den Lok. Hä? Wo ist sein Mate? Wo ist sein Mate? Oben. Pass auf, oben auf Berg. Ah, okay. Ah, ich sehe den. Heil mich mal. Der kommt. Wie viel hat er lang? Ah, ich will nicht sie kippen. Der will Fortnite damit retten, Murug. Boah, der ist mies laut. Der hat so kassiert, ey. Boah, der muss sein Mate holen. Der hat keine andere Wahl. Der würde ich nicht nochmal zeigen. Nachdem der so kassiert hat. Aha. Direkt in den. Hä? Bei dir, bei dir. Hä? Pass auf, hinter dir. Da ist doch ein, oder? Ja, der kommt. Ja. Das ist ein Halt. Dead break. Da ist noch einer. Vorbei, Juch, Dani, du hast alle kurz genommen, ey. Ah, normal, Alter. Was mit dem Eintip eigentlich? Hat er sein Mate jetzt geholt, oder? Safe, safe. Hier. Der ist hier. Ah, hier zwei. Zwei Leute, ja. Ah, die heilen sich oben. Du bist über den, ich bin unter den. Kommst du dir hoch, egal. Die Zone kommt, die Fische. Die Zone, Dani. Oh, shit. Soll einfach gehen? Ja. Aber wir brauchen was, Auto oder so. Ja, Auto, grün. Alter. Deine Musik, wir sehen uns gleich in Zone. Warte, 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 komm her, komm, komm, komm. Hier kann man doch raus. Der schießt auf mich. Oh, doch nicht. Der macht kaputt, ich komm. Wir fighten gegeneinander. Fahr. Hat den noch 65er gewesen. Nehm den, nehm den, nehm den. Fahr, wenn er hier schießt. Fahr, bin, fahr, fahr. Was geht, die Jungs? Wir machen Verfolgungsjagd. Forster Horizon. Okay, ich geh wieder. Das wird explodieren. Schieß, das wird explodieren. Warte. Oh, shit. Der brennt. Schieß. Danni, nein. Hab den. Aber gut, war wichtig. Raus, 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 raus. Hä, warum? Jetzt wird er explodieren. Ist noch nicht. Ich glaube, die kommen jetzt. Guck, die kommen mit Auto. Ach, komm mal, der, ey. Der Motor ist slow. Oha. Hä? Oha. Oha, lad. Oha. Oha. Untertitelung des ZDF, 2020